Kapitel 5 Die Heimat im Rücken Flammen schossen durch den gesamten Raum, die Wände glühten, es war wie ein tobender Sturm. Nichts schien zu existieren, außer die ewigen Flammen. Und doch, irgendwo spürte Flamme eine innere Ruhe, während das Inferno den Raum erfüllte. Es war, als wäre das Feuer am Leben. Ein Freund, ein Begleiter, der schützt vor dem Schmerz, der draußen lauert. Und für einen Moment lang bildete das Vulpix sich ein, einen Schatten durch das Feuerstreifen zu sehen, durch den gesamten Raum, hin und her, bis auf einmal. Zwei braune Augen blickten aus den Flammen heraus, direkt auf das junge Vulpix. Doch nur für einen kleinen Moment, bevor sie verschwanden, genau wie auch das Feuer. Ruhe kehrte wieder in dem Raum ein, während Kamerubt und Sol schockiert von den Ereignissen wirkten. Irgendwie, irgendwo müsste Flamme es wohl auch sein, aber... Da war diese unglaubliche Ruhe im Inneren. Kleine Funken schwebten noch durch das Fell des Fuchses, beinahe hypnotisierend in ihrem Flug. Die Kerze stand nun ruhig zwischen den anderen. Das Feuer entfacht in einer recht normalen Flamme. Recht grell, aber sonst normal. Zum ersten Mal in seinem Leben musste Flamme miterleben, dass der Vorsteher seines Dorfes wahrlich fassungslos schien. Was... was für eine Zauberei geschieht hier? Flamme, hast du eine Idee, was das zu bedeuten hat? Eigentlich lautete die Antwort auf die Frage eindeutig nein. Doch trotzdem wusste... Spürte Flamme die Antwort irgendwie. Das Feuer schützt unser Dorf. Hat es immer getan und wird es immer tun. Aber Chaos und Tod schlummern in unerreichbarer Ferne. Die Flamme muss sich erheben, sonst wird sie erlöschen. Und alles Leben mit ihr. Der Bruder des Vulpix erkannte sofort, dass dies nicht wirkte wie Flamme selber. Was ist los mit dir? Was hat dieses Inferno gemacht? Die letzten Funken im Fell des Vulpix schwanden. Und auch das ruhige Gefühl. Dafür fühlte er sich nun... Wacher? Ich habe keine Ahnung, was das war, aber... Irgendjemand hat versucht, sich mit der Flamme kenntlich zu machen. Könnte es sein, weil diese Stimme Terrus... Hat er sich uns offenbart, wenn auch indirekt? Hat er sich dir offenbart, Flamme? Es wäre tatsächlich eine logische Erklärung. Gerade, da der Gott offensichtlich selbst das Vulpix erwählt hatte. Und doch... Zwar heiligte diese Gemeinschaft das Feuer. Jedoch war Terrus der Forstgott. Er selber war kein Feuer-Pokémon. Ein derartiges Inferno... Es konnte nicht er sein. Ich denke nicht. Es war etwas Tiefsinnigeres. Unvorstellbares. Soll wirkte beinahe angegriffen von dem, was sein Bruder hier sagte. Tiefsinniger als Terrus? So etwas geht nicht. Das musst du doch auch wissen. Terrus ist mächtig. Aber auch uns gegenwärtig. Was auch immer das war, ist etwas, das wir uns nicht einmal vorstellen können. Kamerubt unterbrach die Debatte wieder. Nun, wenn du recht hast, dann wirst du wohl irgendwann herausfinden, wann... Was genau es war. Denn wenn es noch irgendwelche Zweifel gab, jetzt ist wohl klar, was deine Bestimmung ist. Es stimmte. Niemals zuvor war so etwas bei einer Ceremonie geschehen. Die Flamme war erstrahlt. Terrus hatte gezeigt, dass er das Vulpix ausgewählt hatte. Und dies bedrückte den Betroffenen. Irgendwo hatte er wohl immer noch die Hoffnung gehabt, dass sich herausstellte, dass er doch nicht gehen müsste. Ja, wir sollten zurück, oder? Entschlossen stellte sich Kamerubt auf. Auf jeden Fall! Das Dorf muss von diesen Ereignissen erfahren! Und natürlich würde das Dorf dies... Nachrichten sprachen sich um. Wie das Inferno des Waldschreins. Und die Reaktionen waren verschieden wie die Kerzenflammen in dem kleinen Raum. Begeisterung und Sorge teilten sich in den Platz. Feucht vor allem, was sein könnte. Jahrhunderte lebte dieses Volk unter dem Gott Terrus, dem Element des Feuers folgend. Es steuernd. Es kontrollierend. Was nun bei dieser Kriegerzeremonie geschehen war, war... Das erste Mal, dass das Feuer sich der Kontrolle eines Dorfvorstehers entzogen hatte. Die Flammen spielten verrückt. Dies war das erste große Zeichen, welches das Dorf erblickte. Darkrai hatte ihr ja schon vor langer Zeit gewarnt. Doch nun wurde es klarer und klarer für die Pokémon des Dorfes. Außerhalb ihrer kleinen eigenen Welt in diesem Wald. Geschah Unsagbares. Und Terrus hatte ihnen eine Nachricht geschickt und sich ein Boten erwählt. Und dies war, worin das ganze Dorf sich einig war. In ihrer Mitte... ...war eben dieser Bote... ...Flamme. Die letzten Zweifel an seiner Erwählung waren verschwunden. Und für das junge Wulpix veränderte sich vieles. Er wusste bereits. In wenigen Tagen würde er seine Heimat verlassen müssen. Würde er jemals wiederkehren können? Er wusste es nicht. Und gleichzeitig... ...hasste er diese letzten Tage. All das hier war nicht sein Wunsch. Er wollte doch bloß ein simpler Krieger sein. In diesem Dorf sein Leben leben. Sein Leben genießen. Einer in einer Einheit sein. Aber nun war es nicht mehr wie vorher. Nun behandelten ihn die Dorfbewohner nicht mehr als ein von ihnen. Sondern als etwas Besonderes. Er war nicht mehr ein Sohn zweier Krieger. Er war ein Auserwählter. Hatte er sich als Pokémon verändert? Da Terros ihn gerade erwählt hatte? Er war nun geworden, was er niemals hatte sein wollen. Besonders. Zumindest die letzten Tage in seiner Heimat hatte er genießen wollen. Normal leben. Zumindest das Gefühl des Kriegeralltags spüren dürfen. Doch nein. Nicht einmal wurde das Vulpix für eine Kriegeraufgabe eingesetzt. Kamerubt weigerte sich. Denn der junge Mann hatte ein anderes Schicksal. Seit diesem Tag. Seit dem Tag der Zeremonie. Spürte er Feuer in sich brodeln. Immer entflammte es, wenn er an dieses eine Wort dachte. Schicksal. Was sollte Schicksal sein? Ein Lebensweg, den einem die Lehre vorgibt. Ein Weg, von dem man nicht abkommen darf. Ein Leben, welches man nicht selber bestimmen darf. Diese Reise war nicht Flammes Schicksal. Es war seine Pflicht. Eine Pflicht, die er bekam, ohne etwas dazu sagen zu dürfen. Und Terros, der Gott, dem er so treu folgte, war Schuld an alledem. Was, wenn er sich einfach weigerte loszuziehen? Doch zwischen all diesen düsteren Gedanken, schwebte auch die Realisierung. Er musste. Denn je nachdem, was wirklich geschah dort draußen, würde seine Heimat zerfallen, sollte er sich weigern. Gleichzeitig war es Terros, über den er nachdachte. Der Gott, welchen er erzogen wurde, zu schätzen. Der seinem Dorf seit Jahrhunderten Ruhe schenkte. Dass selbst er es für nötig befand, nach Hilfe zu rufen. Sagte vieles über die Lage aus. Im großen Bild waren die Wünsche eines Wulpix nur einmal klein und unbedeutend. Und wer weiß, vielleicht würde diese Reiseflamme helfen, doch den Abenteurer in sich zu finden. Wo er gerade an Abenteuer dachte. Sein Bruder schien beinahe aufgeregter über die gesamte Lage zu sein, als das Wulpix selber. Die Tage verflogen, ohne Ereignisse und ohne Glücksgefühle. Bis schließlich, der große Tag anbrach. Früh am Morgen erwachte der Fuchs bereits. Doch offensichtlich nicht als erster in seiner Familie. Denn schnelles Herumlaufen und Herumräumen drang aus dem benachbarten Raum. Als er Grogi nachsah, was dort vor sich ging, wurde er beinahe von seiner Mutter über den Haufen gerannt. Was denn hier für eine Panik? Kurz blickte ihr Alia auf, bevor sie zu einem Schrank rannte, etwas herausholte und sich schließlich zu ihrem Sohn begab. Ich bereite dein Reisegepäck vor. Ich kann dich doch nicht ohne ordentliche Ausrüstung reisen lassen. Du hast vieles vor dir und ich könnte mir nicht verzeihen, wenn etwas passieren würde, nur weil du nicht genügend ausgerüstet warst. Zwar fand Flamme wirklich, dass sie übertrieb. Doch er beschwerte sich nicht. Letztlich war es sein Vorteil. Stattdessen genehmigte er sich zwischen den schnellen Schritten seiner Mutter eine Stärkung, um die Reise fit antreten zu können. Ein lautes Klopfen an der Tür beendete seine Mahlzeit nach rund 15 Minuten. Flamme, bist du wach? Die Stimme gehörte Galoppa, dem Lieferanten des Dorfers. Kamerobt hatte ja bereits von Anfang an geplant, dass das Wulpix diesen auf dem Weg ins Vulkandorf begleiten würde. Ja, ich komm ja schon! Die Sonne blendete in den Augen des Fuchses, als er die kleine Holzhütte verließ. Der Dorfplatz war belebt. Viele Pokémon gingen schon ihrem Alltag nach, obwohl die Sonne gerade erst den Horizont überschritten hatte. Zwei große Kisten standen nahe der Brücke. Die Lieferung an das zweite Dorf. Das Material, welches Galoppa den Weg übertragen würde. Was Flamme jedoch wunderte, war, trotz all der Aufregung, die immer geherrscht hatte, soll schienen nirgends zu sein. Eigentlich hatte das Wulpix fest damit gerechnet, dass auch sein Bruder für diesen Abschied hier sein würde. Dass sein Vater sich die Zeit nicht nehmen würde, überraschte ihn hingegen nicht. Weißt du, wo soll es, Mama? Er würde doch bestimmt die Abreise nicht verpassen wollen. Ein kurzer Blick fiel zwischen seiner Mutter und dem Lieferanten. Als wüssten beide mehr als Flamme selber. Ich vermute, dass er nicht dafür hier sein möchte. Es würde ihm zu schwer fallen, zurückzubleiben, während du in so ein großes Abenteuer losziehst. Du kennst ihn ja. Es stimmte. Dies klang nach etwas, was soll tun würde. Auch wenn es eher selten für ihn war, selber einzusehen, dass er seine Probleme haben würde. Vermutlich wollte er allerdings darauf achten, sich so zu verhalten, wie es von ihm erwartet wurde. So wie der Krieger, der er seit kurzem war. Also, bist du bereit? Können wir abreisen. Einen kurzen Blick über die Weiten dieser kleinen Welt war Flamme noch. Dies war seine Heimat. Dies würde immer seine Heimat sein. Und nun war die Zeit gekommen, zu gehen. Wie lange würde es wohl dauern, bis er diesen Ort endlich wiedersehen könnte? Und bereits jetzt fühlte er sich so nostalgisch. Er hatte so ein Heimweh und dabei war er noch nicht einmal abgereist. Ja, ich bin soweit. Denke ich. Ermutigend blickte der Lieferant ihn an. Ich weiß, dass es für dich schwer ist, einfach alles zurückzulassen. Aber irgendwann wirst du zurückblicken auf diese Reise, die du heute beginnst. Und froh sein, heute aufgebrochen zu sein. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Zwar war es nett von Galoppa, dass er versuchte, Flamme aufzuheitern. Jedoch scheiterte er kläglich. Allerdings würde es dem Wulpix nix bringen, dies zu zeigen. Also sparte er sich eine Bemerkung. Stattdessen folgte er dem Pokémon zur Brücke, wo dieser die beiden stämmigen Kisten aufhievte. Auch wenn gerade eine der beiden ihm Probleme machte. Kannst du mir schon kurz einen Schubs geben, Flamme? Ohne zu fragen half der Junge auserwählte, die Kiste aufzusetzen. Wobei auch er feststellte, dass diese deutlich schwerer war, als er von den Lieferungen des Dorfes erwartet hatte. Was schickte Kamerub denn an das Vulkandorf? Andererseits lebte dieser Stamm im Wald. Also gab es hier vieles, was man hier fand, aber nicht am Vulkan. Vor allem Holz und Blattsteine. Jene würden wohl das größte Gewicht ausmachen, da sie kompakt und schwer waren. Und laut den Erzählungen ausschließlich Pflanzen-Pokémon das Vulkandorf bewohnten. Aber egal was es war, solange Flamme es nicht tragen musste, konnte es ihm egal sein. Stattdessen brachen die zwei Pokémon nun auf. In eine unbekannte Zukunft. Wenn du im Dorf mit ihrem Vorsteher sprichst, dann sei vorsichtig, Flamme. Er wird nicht gut auf dich zu sprechen sein. Und du musst ihn von dir überzeugen. Wieso sollte er nicht gut auf mich zu sprechen sein? Der Kerl kennt mich nicht einmal. Etwas besorgt, sei Galoppa in die Baumwipfel. Es ist eine schwierige Geschichte, aber... Natürlich hast du nichts persönlich damit zu tun. Dein Vater jedoch... Genervt schnaubte Flamme. Natürlich hätte ich mir das denken können. Warum? Wieder zögerte der Lieferant. Jedoch wusste er, dass er schon zu viel gesagt hatte, um nun noch zu schweigen. Nun, er war... Nicht gerade unbeteiligt an den vergangenen Konflikten der Dörfer. Weil viele Dorfbewohner ihm als stärksten Krieger folgten und er der Meinung war, dass der Vulkan zu unserem Territorium gehören sollte, da wir Feuer-Pokémon sind. Mit der Begründung müsste er aber auch die Bewohner des Vulkan-Dorfes im Wald leben lassen. Ja, die Betonung liegt auf Müsste. Aber da wir dort Terros am nächsten sind, wären wir ja auch dazu bestimmt dort zu leben. Mit seinen aggressiven Forderungen hat er sich wirklich keine Freunde dort gemacht. Auch wenn bei uns manche durchaus Wahrheit in seinen Worten sehen. Ich kann mich selber dabei ehrlich gesagt nicht ganz ausschließen, aber... Ja, damit werdet ihr wohl Probleme bekommen. Kurz nickte Flamme, bevor er das Thema beenden wollte. Jedoch fiel ihm nach wenigen Momenten eine Ungereimtheit auf. Warte! Sagtest du... Ja! 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 Ja!